Ich danke mich, dass ich hier heute den Vortrag bei Ihnen halten kann und darf und möchte damit beginnen, dass praktisch am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, im 9. November 1989, also schon beinahe vor 31,5 Jahren, die möglich geschaffen wurde, durch die Grenzöffnung auch gegenüber dem westdeutschen Sammeln, zum Beispiel Segran, Segraner Berg, auch dieses neue Fundgebiet rund um Zarrentin besammeln zu können. Ich fange mal an und zeige mal Bilder, wie es anfangs dort ausgesehen hat. 9.11. Herzlich willkommen in Zarrentin. Das habe ich aufgenommen in dem Museum in Zarrentin. Und gehe mal weiter auf die Topografie Messwecklenburgs, um zu zeigen, wo genau die Fundstelle um Zarrentin liegt. Wir haben hier die Autobahn, die A24 Hamburg-Berlin und es gibt die Abfahrt Zarrentin, wo dann praktisch der Weg nach Zarrentin auf ist. Und hier Lüttow, wo Lüttow steht, dort ist praktisch die einzige Fundgrube auf der rechten Seite von der Firma Kops, während auf der linken Seite damals Wunder, heute Cemex zu Hause ist, hier mit der großen Wasseranlage. Zu Urzeiten wurde hier in Lüttow Zarrentin auch trocken abgebaut. Inzwischen ist auch noch eine Nassbaggerei mit dabei. Gegenüber hier ist Segran, der Segraner Berg, sodass wir praktisch hier in diesem ganzen Entmorenen-Bereich gut sammeln können. Wir haben praktisch in diesem ganzen Bereich das Klosterdreieck Ratzeburg, Rena und Zarrentin. Das ist sehr sehenswert, wenn man mal eine Rundfahrt machen kann, dann kann man die einzelnen Kloster sehr gut besuchen. Also auch auf der kulturellen Basis ist es nicht ganz uninteressant. Auf der anderen Seite haben wir auch das Biosphärenreservat. Auch eine sehr interessante Geschichte, auch jedem zu empfehlen. Einmal das Biosphärenreservat selber, wobei man auch eine Führung machen kann. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Wie gesagt, hier nochmal das, was von den westlichen Sammlern, da möchte ich ausdrücklich nochmal Bernhard Brückmann erwähnen, der dort ja sehr, sehr aktiv gesammelt hat, auch mit Horst Kaufmann seinerzeit zusammen. Denen aber der Übergang praktisch durch die Grenze seiner Zeit verwehrt gewesen ist. Da komme ich aber gleich nochmal im Einzelnen drauf zurück. Wir haben die maximale Eisbedeckung gehabt von der Elster bis der Saale Eiszeit. Wir sehen hier praktisch, dass das bis in den Raum Nordrhein-Westfalen gegangen ist, am Rande des Harzes gewesen ist und auch hier sehr weit reingegangen ist, über Brandenburg rein bis in die Lausitz. Wir haben dann die nachfolgende Weichseleiszeit, wo wir dann aber doch sehen, gegenüber der vorhergezeigten Grenze oder Grenzen, dass die Weichseleiszeit sich etwas oberhalb von Hamburg bewegt hat, aber immer auf der östlichen Seite, dass Schleswig-Holstein ziemlich geteilt ist und wie die Weichseleiszeit bis in den südlichen Bereich Brandenburg unterhalb Berlins gelaufen ist. Wir können uns das in etwa so vorstellen, dass wir die Gletscherfront gehabt haben, dass praktisch eine Gletscherfront gekommen ist mit dem riesigen Eisbereich und dass es dort ein Gletschertor gegeben hat, dass große Eisblöcke gelegen haben und der Schmelzwasserstrom gelaufen ist und wie dann die gleiche Region nach dem Rückzug des Gletschers sich hier darstellt mit dem Osa, mit den Dromelinen und praktisch am Gletschertor, was überwiegend den südlichen Bereich von Lütto, Zarentin, Segraner Berg betrifft, gut zu erkennen ist, wie die Auswirkungen durch die Schmelzung Seen geschaffen hat, zum Beispiel hier auch den Schalsee im Bereich von Zarentin. Nochmal eine andere Darstellung. Man sieht hier praktisch das Eis von Norden kommend, hier mit sehr, sehr vielen Gerölln, hat dann hier die Endmoräne betreffend dieser ganzen Kies- und Sandgruben, die wir dort in dem Bereich haben. Wir haben dann den Sander und dann hier auch den Abfluss der Schmelzwässer, Schmelzwässer, ich sage einfach mal hier das Elbtalmäßige und dann hier auch den Löschdaub, was dann rüber geht über die Elbe in die Lüneburger Heide, in die Gegend südlich praktisch der Elbe. Man kann sich vorstellen, dass praktisch durch die Schmelzströmungen gewesen sind und der Schalsee und die Abschmelzrinnen hier entstanden sind, wobei der Schalsee an der tiefsten Stelle hier zwischen 71,5, wie es hier steht, aber mir bekannt ist, auch mit 75 Meter Tiefe ist, dass Zarentin heutzutage direkt hier unten am Rand liegt und dann in diesem Bereich unterhalb praktisch die Fundstelle ist, die ich besucht habe. Ich gehe mal ein auf die vorher in der Geschiebeforschung sehr aktiven Leute. Hier haben wir ein Altbild mit Kurt Eichbaum. Ich würde dann für die Geschiebeforschung vorstellen wollen, Dr. Kurt Hucke mit Prof. Dr. Erhard Vogt, die ja maßgeblich auf der westlichen Seite geforscht haben, wo es ja auch das Buch vom Hucke gibt, Kurt Eichbaum, wie gesagt, erwähnt, Karl Grip, nicht zu vergessen Hans-Jürgen Lieren und Bernhard Brückmann, sowohl als auch Herbert Motz, Horst Kaufmann. Das sind so, sage ich mal, mit Grip auch die entsprechenden westlichen Korrifäen gewesen, wobei Dr. Werner Schulz, Gagel, Zessin, Brasch, Grant, Tide, Polkowski, die uns ja allen bekannt sind, die praktisch durch die Grenze getrennt im östlichen Bereich gesammelt haben. Hier haben wir ein Bild von Kurt Kuck aus alten Zeiten. Prof. Dr. Erhard Vogt Und Grip am See Graner Berg. Da kann man sich ungefähr mal vorstellen, wie seinerzeit ja gegenüber uns heutigen Sammlern ja in sehr guter Klamotage gesammelt wurde. Sogar bei schmuddeligstem Wetter, bei Regen und man muss doch sich wundern, heute mit ganz anderem Werkzeug, mit ganz anderen Möglichkeiten gegenüber den Sammlungen unserer älteren Herren hier. Ich habe ein DDR damals wissenschaftliches Heft gefunden, zufällig, das nannte sich die Fundgrube, eine Ausgabe von 1985. Und da sind zum Beispiel Holger Behm, aber auch Rainer Brasch und Michael 20, die ja auch alle bekannt sind, erwähnt worden. Und das Interessante ist, dass dort ein kleiner Artikel steht, über das zuritären Kalksandstein, das bei Zaretin gefunden wurde. Da hat Holger Behm, der ja heutzutage in Rostock, Professor Dr. Holger Behm an der Uni in Rostock ist und als Landschaftsplanungs- und Landesgestaltung tätig ist. Man schreibt, anlässlich der Befahrung einer Kiesgrube bei Zaretin im Kreis Hagenow konnte ein interessantes Stück Periutellen-Sandstein geborgen werden, auf eine beachtliche Größe mit 41 mal 20 mal 15 Zentimeter. Kleineren Stücke wurden bereits des Öfteren im Untergrund gefunden. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, dass Holger Behm seinerzeit nicht wusste, was er gefunden hatte und mit diesem Stück praktisch zu Dr. Schulz gefahren ist, nach Schwerin. Der hat sich dann mit Behm unterhalten und Behm konnte praktisch das Stück danach mitbestimmt nach Hause nehmen. Schulz durfte wegen der Grenzziehung fünf Kilometer Sperrgebiet bis Beutzenburg nicht bis nach Zaretin fahren, aber Behm konnte nach Schwerin fahren und konnte danach seltsamerweise diesen Artikel in der Zeitung dort veröffentlichen. Das zeigt uns, wie eng dort gearbeitet werden konnte. Es gab noch einen zweiten Sammler seinerzeit, ein Gerd Schmal. Von diesen beiden sind jetzt in dem Heimatmuseum in Zaretin einige Stücke ausgestellt. Was ich eingangs erwähnte mit dem Plakat zum 9. November sieht man hier Kontrollzelt bei Marienstedt. Marienstedt war nach Zaretin die erste westliche Gemeinde in nördlicher Richtung Ratzeburg. Das Gleiche noch mal Grenzboote Stindenburg Insel praktisch genau an der Teilung Richtung Seen der Ratzeburger. und dort war von Zaretiner Marienstedt am 18. 11. die große erste Wanderung der Zaretiner in den westlichen Teil. Vitrinenaufnahmen habe ich machen können im Heimatmuseum leider durch die Glasplatte aber es ist äußerst wenig dort zu sehen. Ich habe versucht einige Stöcke dort zu fotografieren hier Ammoniten aus dem Calloway Geschiebe noch mal Calloway Geschiebe von der Insel Pöhl also nicht mal aus den angestammten vor Ort befindlichen Aufschlüssen dann auch hier eine Seltenheit eingerollte Nautilien also Litoitin dann Maretia von Gagel aus Sargentin neu beschriebene Seeigel und hier ein Kardiotaxis den der Gerb Schmal gefunden hat dann komme ich zu dem Kalkmoor im Biosphärenreservat und kann dazu sagen die Entstehung des Kalkmoores am Süduffer des Schalsees wo die Schale den Schalsee verlässt erstreckt sich ein deltaartiges vermordes Niederungsgebiet in das ein Kalkmoor eingebettet ist woher kommt dieser Kalk während der letzten Eiszeit wurden kalkhaltige Steinsmassen bis in die Schalseeregion transportiert im Verlauf der vergangenen 10.000 Jahre wurde der Kalk über zahlreiche Quellen in den Schalsee gespült und ausgefällt im Zuge dieser Verlandungsprozesse entstand hier am Süduffer Kalkablagerung von mehr als 5 Metern Mächtigkeit Der Kalkmoorabbau wurde dann bis 1961 über Jahrzehnte bergmännisch sogar abgebaut es standen die heute noch vorhandenen Gruben mit ihren offenen Wasserflächen und der Kalk wurde zunächst als Baustoff Brandkalk verwendet später auch als Düngekalk also wie gesagt 1961 wurde diese Kalkgewinnung ausgestellt wir sind seinerzeit von der GFG organisierte Himmelfahrtstouren unterwegs gewesen und haben praktisch dort eine Führung gemacht viele werden sich eventuell dort wiedererkennen und wir haben da mit am 13. 5. 2010 also auch schon elf Jahre wieder her eine Führung gehabt und sind dann später auch noch in Westmecklenburg verschiedene andere Punkte angelaufen und angefahren und haben dort eine Dreitages Exkursion gemacht Hier haben wir praktisch mit diesem Drillstab fünf Meter Tiefe oder diese Meter Tiefe gebohrt und konnten dann nachher genau sehen in diesem Hohlraum waren dann die Relikte die wir durch Bohrung rausziehen konnten Ja der Trockenabbau den sehen wir praktisch hier ich habe die Jahreszahlen da entsprechend wo ich Fotos gemacht habe in den Anfangsjahren in der Fortführung wie sich die Entwicklung über 2007 2008 von der Trockenabbautätigkeit in die Baggertätigkeit in die Nassbaggerei entwickelt hat und zeige dann doch welche Größenordnungen an Gerölln dort zu finden sind heutzutage ist dieser ganze Bereich wieder verfüllt durch nicht verwendete Sande die auch für Baustindustrie uninteressant ist und komme dann hier sieht man diese Verfüllungssegmente wieder und hier dann die heute sehr schnell wieder durch den Brecher gejagten Gerölle wo dann ja unwiederbringlich Funde verschwunden sind hinweisen möchte ich noch auf ganz interessante Blockpackungen die man hier sehr schön sehen kann die hier im oberen Bereich ist und man sieht aber auch wie gefährlich es ist dort mit Kindern zum Beispiel zum Sammeln zu gehen denn es ist immer wieder ruckzuck möglich dass sich von oben Kanten lösen und dann hier in den Hangschutt runterfallen und wenn dann hier im unteren Bereich gesammelt wird ist die Gefahr enorm dass dort jemand sich ja zuschütten lassen kann oder zuschütten wird ich gehe dann mal die einzelnen Jahre Millionen durch wir haben das späte Kandrium wir sehen praktisch hier Gondwana dort ist so ein bisschen Afrika zu sehen hier oben ist Kasachstan Sibirien zu der Zeit Alaska hier angedeutet China liegt hier im ganzen westlichen Bereich Baltika liegt zu der Zeit hier im ganz südlichen Bereich ich fange dann mal an mit einzelnen Funden und zwar hier einen recht großen Rapakivi da gab es noch ein zweites Teil das habe ich aber den Tag leider nicht mitnehmen können und hatte mir den dann an einer Hang Seite in dem großen Block Haufen zur Seite gelegt und wollte ihn am nächsten Wochenende mitnehmen aber dann war so viel von dem anderen Großmaterial drüber gekippt dass ich diesen zweiten Stein nicht mehr erreichen konnte wir sind und bleiben jetzt nur bei Funden aus dem Cambrium ich zeige hier ein paar Spuren Samychnitis dann in der Literatur erwähnt den Tiger Sandstein den ich aber umgetauft habe auf Leoparden Sandstein was wohl richtiger ist denn ich habe selten Tiger gesehen die mit solchen runden Eisen Mangan reichen Flecken bestückt sind und es gab überwiegend ja diese mit der punktuellen Verfärbung aber auch sehr viele durchlaufende mit den Streifen ich hatte angefangen die mal ganz konzentriert zu sammeln und hatte dann über 35 unterschiedliche Tiger Sandsteine gesammelt die mir dann aber nachher so sehr auf der Pelle lagen dass ich die komplett abgegeben habe an Karsten Obst nach Stralsund wo die heute liegen aber hier sieht man doch recht unterschiedlich die Ausformung und wie sich die Gestaltung ergeben kann ja dann das älteste Cambrige ist Skolitos Sandstein sehr schön mit den Ablagerungsschichten und dann auch mit der senkrechten Wurm Darstellung dann Peltura Scaraboidis kleine Trilobiden dann die Stinkhalke mit Agnostos Pisiformis nochmal ein anderes Stück ebenfalls Agnostos Pisiformis und damit können wir im Grunde um das Cambrio schon weit gehen verlassen und gehen ins Ordovizium man sieht hier gewisse Veränderungen schon gegenüber dem vorgezeichneten Cambriumbild dass sich da Veränderungen ergeben dass sich das Ganze ein bisschen mehr nordwärts bewegt und auch Gondwana sich westwärts bewegt und hier auch schon Bereiche entstehen die darauf hindeuten wo die Reise hingehen soll wir sehen praktisch aus dem Ordovizium den roten Ortozeren Kalk einmal mit Ortozeras und einmal mit Endozeras unterscheiden kann man die beiden durch den Sifokanal bei dem Endozeras liegt er ziemlich randlich und beim Ortozeras liegt er ziemlich mittig das war verkehrt hier sieht man bei dem Roto-Ortozeren Kalk doch sehr gut die Kammerung der Einzelnen und hier unten auch das Rausgucken des Sifo des Kanals des Mittelteils dann habe ich aus dem roten Ortozeren Kalk hier Trilobiden Schwanzschilder und einen kompletten einmal hier Megistaspis und hier den Asophus und dann einen Schluck Wasser damit die Stimme wieder klarer wird dann haben wir den grauen Ortozeren Kalk ebenfalls noch aus dem Ordovizium dann grauen Ortozeren Kalk Minileus und Asaphus dann den Echinospheriten Kalk hier haben wir eine der Kalkalgen die aufgeschlagen ist und wo man sehr schön sehen kann wie die innere Mineral Kristall Bildung doch sternförmig von aus nach innen läuft als nächstes dann in der Entwicklung der Backsteinkalk mit Schassmobs ich hoffe dass man das so klein wenig doch erkennen kann hier sehr klein aber doch in den Bereichen etwas größer die Darstellung dann habe ich ein sehr schönes Stück gefunden mit einer Kalkalge mit der Coelus Feridium hier ist sie in geschlossener Form wie sie als Kugel mit dem wabenförmigen Muster zu erkennen ist während sie hier auf dem gleichen Stück mittig geplatzt ist und Lavendel blauen Hornstein zeigt aber man sieht hier praktisch die dort angedeuteten Hohlkörper und so ist es ein super interessantes Stück um zu zeigen wie die Kalkalge sich auch von innen zeigen kann dann Brüozon und Makrurus Kalk mit der Brachiopode Strophomena dann gehen wir schon ein Stück weiter wir sind im See Lua auch dort ganz deutlich zu erkennen wie sich die Landmassen zusammenschieben durch unterschiedliche Ereignisse mal Land unter mal wieder Land auf sodass Heraushebungen der Landmasse immer wieder durch Absenkung von steigenden Wassermassen sich verändern aber doch sich wechselweise schon einiges geändert hat und dann gehen wir auf die Silurischen Funde ein Ostrakoden Leperditia aus dem Leperditien Gestein Leperditia im Barichien Kalk hier sehen wir noch wieder eine Leperditia hier ist noch eine da oben ist noch eine kleine da sind wir dann aber schon im unteren Zentimeter Bereich dann im Barichien Kalk Barichia und Kamarotechia kleine Brachio Poden noch mehr Brachio Poden das ist Schionetes Striatellus auch im Barichien Kalk dann kommen wir auf das grau grüne Graptolithengestein mit Monograptiden Graptolithen man sieht sehr deutlich hier die Strömungseinregelung es ist ein sehr splittriges Gestein und immer nur in gewissen Schichtbereichen mit glücklichem Steinschlag doch die Öffnung des Gesteins um solche wunderhübschen Graptolithen zu zeigen hier mal eine Nahaufnahme wo man wunderbar auch hier die einzelnen Theken erkennen kann das ist Monograptus während wir hier einen sehr langen Monograptus haben mit einem danebenliegenden Ort Tozeras dieses Stück hatte mir seinerzeit in der Grube mal Bernd Hase überlassen dann ein Stromatolit aus dem Algenkalk und dann noch Gervanella Problematica aus dem Gervanellenkalk als Algen und last not least Korallenkalk doch sehr deutlich auch hier als Großstück und dann als kleine Nahaufnahme zu erkennen die Korallen im Grunde genommen zu überspringen das Devon ich zeige jetzt nur dass es diese Verschiebung gegeben hat Carbon Leider habe ich von diesen Perioden bis zum Perm nichts gefunden dort was vorzeigenswert wäre auch aus der Trias aber es ist doch schon deutlich zu sehen wie sich jetzt einiges zusammengeschoben hat hier haben wir schon das Tietesmeer zu sehen hier schon den großen Atlantik Australien Pangea hier Afrika und Baltika schon ja in dem Bereich wo es sich so ungefähr heute befindet Ural Sibirien also es ist schon deutlich zu erkennen wie die Entwicklung weitergehen wird sind dann schon im Jura auch da schon gewisse Trennung Zentral Atlantik hier ist in der Entstehung Tietes ist hier Bereich und sind dann letztendlich mit einem Calloway Geschiebe dabei das Calloway Geschiebe ist aber im Zerrentiner Bereich sowohl auch als im Segraner Bereich nicht so höffig und so gut ausgeprägt wie es praktisch in weiterer östlichen Bereich Basel oder noch nördlicher noch nordöstlicher gehend gefunden werden kann mit ganz anderen Funden auch in Polen sind sehr gute Funde möglich das sind so zwei drei Stücke die ich über die Jahre in Zerrentin gefunden habe ja dann sind wir schon in der Kreide Zeit man sieht hier die Landmassen haben sich schon ziemlich aufgeteilt Australien Afrika Südamerika Nordamerika der Atlantik dazwischen und hier noch der Tetis Ozean der aber auch immer noch wieder Einfluss genommen hat auf gewisse europäische Fundstellen und ich fange mit der Kreide an und einen kleinen Blick in die Vitrine mit den Schwämmen unterschiedliche Laxinia Plintosella und Porosphära dort auf einem Flint eine kleine Porosphära und hier die Plintosella ein relativ großes Stück Dann Schwämme im Flint zum Teil als Hohlkörper zum Teil sehr flach ausgebildet Dann ein Pfund mit 16 Zentimeter mal 17 Zentimeter nachempfunden im Vergleich zu den Hannoveraner Kreideschwemmen die dort gefunden worden sind wir uns einig geworden dass das wohl ein Abdruck von Brochodora Römeri ist das Bild trügt manchen erscheint es jetzt als positiv es ist aber wirklich ein negativ ich hatte es nur mitgenommen weil dieses Stück in der Grube zu sehen war und auch ganz interessant wird ein Gartenstück werden und war total verdreckt und versandet und erst zu Hause nach dem Waschen konnte ich doch erkennen dass es sich hier um einen Fünffingerschwamm handelt Ja man muss sich wundern dass so eine Koralle mit solch dünnen hauchdünnen Blättchen Segmenten über das Eiszeit Geschiebe so erhalten geblieben ist dass man wirklich wunderschön den Aufbau einer Koralle hier Parasmilia sehen kann auf der anderen Seite was man in Lagerdorf auch schichtweise findet diese doch der dünne Schwammschicht auch auf dem Flint Dann das gleiche was ich erwähnte mit der Koralle haben wir hier mit einer Brachio Pode mit Schande Minoturis Man sieht hier praktisch das große Flint Geschiebe mit dem Ansatz der Brachio Pode und hier wie doch die dünne Schale sich durch Geschiebe erhalten hat und können hier sehr gut reinschauen in das Innere und auf das Segment was erhalten geblieben ist bei dieser Brachio Pode Nicht ganz unerwähnt lassen sollte man den weiß gefleckten Feuerstier als Grundsegment von außen Ihre Internet ist instabil sagt er mir bin ich zu verstehen ist wieder weg dann der Blick aufs Innere und hier sieht man doch die ganze weiß gefleckte Geschichte im Gestein dann habe ich hier eine relativ große Pygnodonta Vesicularis was jedes Sammlerherz höher schlagen lässt sind die Seegel im Geschiebe bis hier ist Geschiebematerial zu sehen und auf der Seite nebenan kommen dann hier oben die Lägerdorfer überwiegend Echinokoris und Galeriten ich gebe da nochmal einen kleinen Einblick auf unterschiedliche Galeriten das war verkehrt das war ein Echinokoris das muss ich mir eben schnell korrigieren Echinokoris und hier kommen die Galeriten dann hier die regulären Seege Gautierer und dann ein achatisierter Flint mit einem ausgrasierten Hohlkörper von einem Galeriten mineralogische Ausfüllung dann ein sehr schönes Fundstück danke ich Helge dafür dass er mit den so wunderbar fotografiert hat was ich mit meiner Technik der Tiefenschärfe nicht so hingekriegt habe ein Stereozydaris Hagenovi meistens findet man nur Bruchstücke von einzelnen Corona teilen hier ist wirklich mal zu sehen unten von unten gesehen hier der Fuß flintig und dann doch der Körper die Corona fast im gesamten Bereich sehr gut erhalten ein an sich sehr sehr schönes Stück was vielfach nicht so beachtet wird sind die Briozonen Flint die großen Flint Stücke haben durchaus Auswitterung und Verwitterung meistens sehr viele kleine Hohlkörper geschaffen und in diesen Hohlkörpern was wenig beachtet wird sind immer wieder wunderschöne Brüezonen zu finden hier als Beispiel der riesige Flint mit dem kleinen ausgestellten und verwitterten Hohlraum und in diesem Hohlraum dann hier die einzelnen Brüezonen es gibt da irgendwo mal ein Bild wo diese ganzen Brüezonen als Chorknaben mal irgendwo so aufgezeichnet gewesen sind und zu lesen gewesen sind dann weiter in der Kreide bin ich im Maastrichum eine Neitea eine Jakobsmuschel dann ein ganz besonderer Fund das ist eine Paläga eine Isopor eine Meerassel im Darnflint da muss ich zu sagen da kam mein Enkel mit dem ich zusammen war und sagte oh was ist das komisches und ich wollte es erst gar nicht glauben aber es ist wirklich eine der seltensten Funde die so zu machen sind dass praktisch auf dem Flint die Dünnschalligkeit einer Paläga erhalten ist meistens findet man sie nur in den weicheren Kalken ich weiß Dieter Ketl hatte auch mal eine gefunden in meinem Beisein die ist dann aber auch weiter gegangen hier sieht man noch mal ganz deutlich die Segmentierung aber und hier unten auch das Schwanzteil man findet überwiegend nur diese acht Segmente und das ist ja auch nicht mal eine ganz feste Chitinhaltige Sache gewesen hier oben war der Kopfteil und den findet man als Weichteil bis jetzt noch nie gefunden ich weiß nur von drei weiteren Paläga oder mehr Asseln Isopoden die befinden sich in der Sammlung Frank Rudolf das Teil ist auch mehrfach veröffentlicht worden ja dann darf natürlich der Korallen Kalk der Faxe Kalk nicht fehlen auch ein sehr schönes Stück und und dann gehen wir schon über ins Mio 10 haben hier jetzt wirklich schon so die Landaufteilung wie sie heutzutage ist wieder ein Blick in die Vitrine hier ist noch ein Stück Holz da ist noch ein Seegel als Klapperstein in einem Flint eingeschlossen hier haben wir Ophiomorpha Nodosa die Krebsgänge und hier liegen noch ein paar Stücke Faserkalk hier noch mal die Faserkalk eine Tuflage die Tuflage trennt sich mittig und wächst nach oben sowohl als nach unten und hier noch mal recht deutliche Kotpillen ausgestaffelte Ophiomorpha Nodosa Krebsgänge Dann habe ich irgendwann mal im Steinkern eine Veröffentlichung gemacht über das Storitelengestein und zeige mal die unterschiedlichen Verwitterungserscheinungen und auch das was an Schnecken Muscheln sonst noch im Tuflage Gestein zu finden ist das was dem Sternberger sein Sternberger Kuchen ist und dem Holsteiner sein Holsteiner Gestein haben wir hier überwiegend im Zarrentiner Bereich das sogenannte wie gesagt Toritelengestein alles mit der Haustator Götten Tropensis hier sieht man wirklich die arge schon Verwitterung hier ist noch eine Festigkeit drin dieses ist besonders festes weißes Gestein aber durch die Geschiebe ist es doch sehr sehr abgeschliffen und durch Spaltung was mit diesem Material hier nicht möglich ist haben wir hier dann doch den Einblick zum Teil dann auch kristallisiert ankristallisiert und hier sehr verwittert aber doch fest genug dass eine Haftung ist dann sieht man hier doch nochmal recht deutlich die unterschiedlichen Ausprägungen mit großen Glycimeris oder hier mit entsprechenden Nasarius Schnecken da haben wir das Sternberger Gestein aus der gleichen Oligocenen Lage haben sich einige Stücke doch so ein bisschen verirrt auch in den Zarentiner Bereich aber man sieht es ist längst nicht so kompakt und so schön wie der Sternberger Kuchen von Kobro dann gab es eine Zeit lang in einer Geschieberichtung immer diese seltsamen Geoden mit einer sehr starken Außen Kristallisierung und Verkittung aber man konnte sehen Ton Eisenstein wenn man ihn aufschlägt hat man normalerweise im inneren Bereich nur die mehr oder weniger festen Sande die sehr lose aber auch sehr sehr fest sein können aber seltsamweise waren auch diese Innereien praktisch sehr stark mit dieser Kristallisation aber auf der anderen Seite auch hier die Abdrücke von Schnecken und Muscheln hier sieht man deutlich wie das ganze Ding doch kompakt ist und dann hier diesen Rand hat inzwischen hat man das als Lytor Myocene Konglomerat von der einen Seite her getauft auf der anderen Seite bin ich da nicht ganz mit einverstanden denn da ist mir glaube ich so ein bisschen zu voreilig was interpretiert worden was nicht so ganz dem entspricht dann habe ich ein holsteiner gestein gefunden was auch nicht so häufig ist im bereich von sarrentin mit einer sehr großen vier zentimeter aporé die trepanuchailus speziosus und hier oben noch ein dentalium als nächstes nicht so sehr beachtet was auch sehr klein gehalten ist ist der vaginellen kalk schreck wir sehen hier die vaginelle austriaca und dort noch ein echnoziamus einen kleinen millimeter fünf millimeter bereich seeige an sich ist diese meeres schnecke nicht landmäßig sondern eine hochseeschnecke und muss wohl in aufspülungsbereiche gekommen sein gut versandet und gut versteinert worden sein denn normalerweise sind diese vaginellen glasklar und als hochseeschnecke und so ist sie kaum wie ist auch noch eine muschel eine schnecke dabei also davon habe ich dann in den jahren auch nur drei bis vier teile gefunden dann kommen wir auf das rheinbecker gestein ich nenne es bewusst rheinbecker gestein das ist die westdeutsche bezeichnung auf der östlichen seite im mecklenburg vorwand wird das als pectunculus gestein behandelt man sieht hier doch sehr schön die eine maretia ein seeigel und hier den großen starken muschelbesatz im rheinbecker gestein auch pectunculus gestein hier mit sehr starken muschelbesatz und mit die trupper mit den wurmröhren dann isocardia myocardia harper recht groß und zirte daria angusta haben wir einmal einen kleinen seeigel und hier auch nochmal entsprechend muscheln und gehen dann weiter auf nucula dann haben wir hier eine murex und hier eine semikassis ja und dann nähern wir uns schon dem ende wir sind schon praktisch im myocän durch haben dann noch sehr viele unterschiedliche hölzer wurzelstück dann hier nadelholz und verkieseltes holz zum teil so ein bisschen kristallin blinkend wirkend und dann danke ich für ihre aufmerksamkeit wünsche viel sammlerglück und das ist der tag wo wir praktisch zusammen enkel und ich damals die isopoder gefunden haben und kann hiermit meinen vortrag beenden stehe aber zu fragen gerne noch zur verfügung aufmerksam 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 Untertitelung des ZDF, 2020